Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Bayer Leverkusen machte sich über Borussia Dortmund lustig, Urheberrecht, Getty Images, 14. Februar 2019, 20 Uhr 3, Bayer Leverkusen schickt per Twitter einen hämischen Gruß Richtung Borussia Dortmund. Dafür entschuldigt sich der Klub später. Das ist nicht die feine englische Art, Bayer Leverkusen hat Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund nach dessen 0 zu 3 Niederlage im Wembley-Stadion gegen Tottenham Hotspur verspottet. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal schrieb Leverkusen, kann eben nicht jeder in Wembley gewinnen, twitter.com-bayern04-status-1095825909150613504 Zur Erinnerung, im Jahr 2016 gewann Leverkusen nach einem Tor von Kevin Kampel mit 1 zu 0 im englischen Fußballtempel. Die Bilanz des BVB im zweitgrößten Stadion Europas sieht dagegen sehr schlecht aus, drei Niederlagen bei drei Spielen. Am Abend kam Bayer Leverkusen zur Besinnung und entschuldigte sich für unangebrachten Tweet, der im Netz vor allem unter BVB-Anhängern für Wirbel gesorgt hatte. Mit dem Sport1-Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, anzeige ein kleiner Nachtrag bevor diesen Tweet hier jemand falsch auffasst, natürlich drücken wir allen deutschen Vereinen in Europa die Daumen. Wir erinnern uns eben immer noch gerne an das 1 zu 0 von Kevin Kampel 2016 zurück. Sorry BVB, schrieb Leverkusen. Wir erinnern uns eben noch gerne an das 1 zu 0 von Kevin Kampel 2016 zurück.